Es gibt so viele Möglichkeiten, Dein Zuhause zu gestalten. Egal ob innen oder außen. Probier's aus! So funktioniert der Hornbach Raum- und Außenplaner. Was willst Du verändern? Innenraum oder Außenbereich? Wähle die Vorlage, die am ehesten zu Deinen Gegebenheiten passt. Jetzt kannst Du beliebig gestalten. Nutze die verschiedenen Filter, um schnell die passenden Artikel zu finden. Wenn Du schon bestimmte Produkte im Kopf hast, kannst Du sie über die Artikelsuche schnell finden. Artikelbezeichnung oder Artikelnummer eingeben, anklicken, fertig. Den Wunschfarbton aus dem Hornbach Farbmischcenter anzeigen lassen? Kein Problem! Einfach den Code eingeben. Den findest Du im Farbton-Fächer Hornbach Farben und Putze oder auf den kostenlosen Farbmusterkarten im Markt. Mit der Zoom-Funktion kannst Du Details genau unter die Lupe nehmen. Passende Kombination gefunden? Speicher Deinen Entwurf in der Merkliste. Hier kannst Du beliebig viele Entwürfe sammeln und direkt miteinander vergleichen. Einfach Auswahlvergleichen anklicken. So kannst Du immer zwei Entwürfe nebeneinander stellen und in der linken Bildhälfte weitere Anpassungen vornehmen. Speicher dann den neuen Entwurf auch in die Merkliste und wähl aus allen Deinen Favoriten aus. Entscheidung getroffen? Unter gewählte Artikel kaufen sind Deine Artikel aufgelistet. Von hier aus kommst Du mit einem Klick in unseren Online-Shop und kannst alle Produkte in der nötigen Menge bestellen. Online reservieren und im Markt abholen geht natürlich auch. Pack es an mit dem Hornbach Raum und Außenplaner. Das lässt nicht einfach mal an! Ja, aber ideaETH! теin poop 5- 구� pragmatic Desväxtes in Aus Un s